Wer ist das denn an? Ah, ich hab euch keine Geschichte erzählt. Es war damals, ihr wisst ja schon, ich bin ein großer Stecher, ne? Alter, hab ich ne Lanze! Also... Ah, ich mal's euch jetzt einfach mal an die Wand. Das da ist mein Penis. Ja, es sieht komisch aus, aber so, und das da ist der Freund meines Penises. Und das ist noch mein Freund meines Penises. Zusammen sehen waren wir die drei riesigen Penise, und wir zogen durch die ganze Welt. ... ... ... ... ... Juhuuu! Das ist Mein Code! Haha, und Holz! Guck mal, was ihr gemacht habt! Danke, Mama! Fick mich, Alter! Fick mich einfach, ey! Uwe guck dich scheiß Kinder an man am liebsten ich würd kicken gegen den Arsch man scheiß Kinder oh fickt euch ja guck mal was ey scheiße nur scheiße ich hasse ich hasse ich hasse dich fett sagt ich hasse dich zu kleine heftige Hure ich hasse dich alle was machst du da hey ich bin ja 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 erstmal rum schön knogen drauf sehr schön und lustig naja mir egal scheiß Kinder fisch chase my picture slay my picture nirr hey allow Na, was machst denn du, kleine Fotze da? Ich will da hoch. Du bist eine hässliche, kleine Fotze. Nein, bist du hässlich. Ich hasse Kinder. Mach sie weg, mach sie weg. Wem gehört dieses hässliche Kind? Wem gehört es? Wem gehört... Nicht lügen. Ich weiß genau, ich habe diese hässliche Fotze schon mal gesehen. Mann, ist das... Ja, dein Nein? Oder vielleicht deins? Ja, dein... Das ist ja deine hässliche Familie. Aber zum Glück bin ich so schön. Haha, wie eine geile Fotze, ne? Wer will mich ficken? Ja, ich habe... Du willst mich ficken? Okay. Aber erstmal... Ja, ich stehe auf einmal. Huh, das ist richtig geil, dass du Stecher. Ach, fick mich jetzt. Lass uns ficken. Ja, da hinten. Da hinten ist gut, man. Da hinten ist alles riesig und so. Fick mich jetzt einfach, okay? Also, los. Mach dich nackt. Mach dich jetzt nackt. Ich schau... Ah? Die Seychianne wollen es auch sehen. Ah, mach dich jetzt nackt, du geiler Stecher. Da dreht sich's... Oh! Warte, ich muss erst mit dem Diaphragma... Oh! Scheiß, ist nur ein Bär? Ja, Mann. Was soll ich mit einem scheiß Diaphragma-Bär? Ja! Ah, Mann! Aha! Oho! Scheiß, Diaphragma. Fick dich, du Schlamm! Fand der Moore, Drecksau! Ah, nein! Ah, fick mich jetzt! Fick, komm! Komm mit! Komm, los! Fick mich! Jetzt geht's los! Ich mach dich jetzt heiß, oder? Mach dich das geil! Ja, sie macht's geil! Oh, sie ist so viel an mich schon gefickt. Das ist die Wand, die haben mich gefickt haben. Ja, und irgendwann ist deine Hand auch da oben. Sehst du? Sie wollen es. Fick mich! Ja, fick sie! Fick sie, die Schlampe! Fick sie! Ja, los jetzt! Oh, ja! Jetzt! Oh, ich spür ihn! Mann, war das ne enge Fotze! Ich geh... Ey, komm, jetzt bist du Mann, Mann! Nee, hast du sie gefickt? Ja, tja, scheiß schwinge Fotze! Mein Schum... Hey, hast du sie denn nicht gefickt, oder was? Hey, die stinkt, Mann! Warum stinkt die? Ich hab sie auch schon gefickt! Du hast sie auch gefickt? Jeder hat sie schon gefickt! Jeder hier im Dorf hat sie schon gefickt, Mann! Die Alte ist... Die Alte ist zu eng, oder? Ja, ich hasse enge Muschies! Ich hab sie auch gefickt! Gestern! Ist nix dabei! Haha! Jeder hat sie gefickt! Haha! Ja, geh weg! Ja, ficken! Jetzt... Fick ihn nur! Okay, lass uns ficken, komm! Lass uns ficken, ficken! Okay, ja, nee, ja! Ja, ich will ihn nicht ficken! Ich will ihn echt nicht ficken! Ja, du musst ihn aber ficken! Das gehört zum Altwerden dazu! Jeder muss mal erwachsen werden! Wer noch nie einen Arsch... einen Schwanz im Arsch gehabt hat, kann nicht davon reden, weißt du? Uuuuh! Ja! Also ist das ganz normal, wenn man einen Arsch gefickt hat? Natürlich! Arschficken ist doch natürlich... Arschficken ist doch natürlich... Arschficken ist doch natürlich so in der Welt! Guck! Dann hab ich... Das hab ich von meinem ersten Arschficken gekriegt! Es war... Es war wie immer... Arschficken! Ja, und du wirst irgendwann auch sowas haben! Aber... Arschficken tut doch weh, oder? Nicht, wenn man Kondom benutzt! Glaub mir! So ein Kondom hilft echt! Okay! Okay! Dann geh ich jetzt mal ficken, oder? Geh mal ficken! Dann geh ich jetzt mal ficken, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020